Okay, nur damit ich's richtig verstehe. Ein Mann mit einer Kabuki-Maske hat dich mit einer Armee fliegender Mini-Roboter angegriffen. Äh, Microbots! Hey Max, sag's ihm! Ja, Officer. Microbots. Ja, er kontrolliert sie telepathisch. Mit einem neurokranialen Transmitter. Komm schon! Ich bin nicht schnell. Ach, was du nicht sagst! Los, los! Dieser Mr. Kabuki hat also außersinnliche Wahrnehmung eingesetzt beim Angriff auf dich und den Ballon, Mann. Wir müssen ihn in die Finger kriegen. Wenn wir den Typen schnappen wollen, brauchst du ein paar Upgrades. Was hast du? Akku-Schwach. Bist du das, Schätzchen? Wir sind aus einem Fenster gesprungen. Was war das? Wir sind aus einem Fenster gesprungen. Baymax, riesiges Robo-Baboo-Hoo. Haariges Baby. Arches Baby. Ui...